Das du angerufen hast und mitgerätselt hast. Danke, dass ich mitmachen durfte. Gerne. 0800 220 55... Fahrt durch Wildschweine auf der Fahrbahn. Fahrt äußerst vorsichtig, kommt gut durch. Wenn ihr noch was gesehen habt, gerne kostenlos melden. Stausblitzer und Fälle unter der 0800 700 8000. Die aktuellen Temperaturen bei euch in Schmelz haben wir 2 Grad. In Queersheet 1 Grad. Das war's. Vielen Dank.